Melanie Behringer ist eine deutsche Fußballspielerin, die seit der Saison 2014 15. beim Bundesligisten FC Bayern München unter Vertrag steht. Karriere Behringer begann in Utzenfeld bei der ortsansässigen Spielvereinigung ab der E-Jugend mit dem Fußballspielen. Ihr gelangen innerhalb einer Saison bemerkenswerte 66 Tore. Nach Saisonende in der Altersklasse der D-Jugend gelangte sie über den im Landkreis Lörrach ansässigen FC Hausen 2003 zum SC Freiburg. Nach fünf Spielzeiten in der Bundesliga, in denen sie 97 Ligaspiele bestritt und 30 Tore erzielte, wechselte sie zum Konkurrenten FC Bayern München. Dort blieb sie zwei Spielzeiten lang und wechselte 2010 zum Ligakonkurrenten 1. FFC Frankfurt, mit dem sie am 26. März 2011 in Köln den DFB-Pokal mit dem 2-1-Sieg über den 1. FFC Turbine Potsdam gewann. Mit Bekanntgabe ihres Vereinswechsels am 21. März 2014 spielt sie seit der Saison 2014 15. wieder für den FC Bayern München, bei dem sie ein bis zum 30. Juni 2017 gültigen Vertrag erhielt. 2015 gewann sie mit den MünchnerInnen ihre erste deutsche Meisterschaft. Behringer durchlief nach der südbadischen Auswahl die U19 und U21-Nationalmannschaft. Am 8. August 2004 verlor sie das Finale der U19-Europameisterschaft gegen Spanien 1 zu 2. Im gleichen Jahr gewann Behringer die U19-Weltmeisterschaft. In der K.O.-Runde des WM-Turniers in Thailand erzielte sie in jedem Spiel jeweils ein Tor. Im Viertelfinale verwandelte Behringer den ersten Elfmeter im Elfmeterschießen, nachdem es nach Verlängerung 1 zu 1 stand. Im Halbfinale traf sie zum 2 zu 1 in der 69. Spielminute. Im Finale in Bangkok am 27. November 2004 gegen China machte Behringer mit ihrem 2 zu 0 in der 82. Minute den Sieg der deutschen Mannschaft perfekt. Am 28. Januar 2005 gab sie in Kwanzao ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft. Im Spiel gegen Australien stand sie in der Anfangsformation und wurde in der 64. Spielminute für Isabel Bachor ausgewechselt. Das erste Länderspieltor erzielte sie am 9. März 2006 gegen Finnland. Mit der Nationalmannschaft wurde sie Weltmeisterin 2007 in China. Bronzer-Medaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 und Europameisterin 2009. Bei der WM 2011 in Deutschland gehörte Behringer zum Mannschaftskader und kam in drei Spielen zum Einsatz. Am 29. Februar 2012 trug sie bei einem im Rahmen des Algarve Cup ausgetragenen Spiels gegen die Nationalmannschaft Eilensee erstmals die Kapitänsbinde der Nationalmannschaft. Mit der deutschen Auswahl gewann sie das Turnier durch ein 4 zu 3 im Finale in Faro gegen Weltmeister Japan. Am 17. September 2014 machte sie als 20. deutsche Spielerin beim letzten WM-Qualifikationsspiel gegen Irland ihr 100. Länderspiel und erzielte dabei den 1 zu 0 Führungstreffer. Am 24. Mai 2015 wurde sie von Bundestrainerin Sylvia Neidt in den endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft 2015 in Kanada berufen. Erfolge Weltmeisterin 2007 Europameisterin 2009 2013 U19-Vize-Europameisterin 2004 U19-Weltmeisterin 2004 Olympische Bronze-Medaille 2008 Deutsche Meisterin 2015 2016 DFB-Pokalsiegerin 2011 2014 Algarve-Cup-Siegerin 2006 2012 2014 Ehrungen Auszeichnungen Silbernes Lorbeerblatt Torschütze des Monats Beste Spielerin des DFB-Hallenpokals 2005 Sonstiges Behringer ist gelernte Bürokauffrau, sie übte den Beruf bis Sommer 2008 in einer Druckerei in Denzlingen aus. 2010 schloss sie ein Fernstudium zur Sportfachwirtin ab. Behringer engagierte sich für das Sozialprojekt Wir helfen Afrika zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010. 2015 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